Dieser Mann muss fit bleiben. Er hat noch nicht die Lösung gefunden für ein Problem, an dem er seit einer Ewigkeit arbeitet. Viele seiner Kollegen haben längst aufgegeben, einige sind so daran verzweifelt, dass sie krank wurden. Louis de Branche ist 79. Einen Großteil seiner wissenschaftlichen Karriere hat er mit einem Problem verbracht, das als die größte Herausforderung der modernen Mathematik gilt. Die Riemannsche Vermutung. In der Mathematik wimmelt es von Rätseln und Problemen. Doch die Riemannsche Vermutung gilt als eine der wichtigsten Erkenntnisse der Mathematik der letzten Jahrhunderte. Der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann hat sie vor über 150 Jahren ersonnen und seither sind ganze Heerscharen von Mathematikern daran verzweifelt. Was ist an Riemanns Vermutung so einzigartig? Sie gilt als Schlüssel zum Verständnis der Primzahlen, der wichtigsten Zahlenfolge in der Mathematik. Primzahlen sind die Zahlen, die nur durch Eins und sich selbst teilbar sind. Ihre mysteriöse Abfolge beginnt bei Zwei. Sie tauchen rein zufällig auf, eine Regelmäßigkeit ist nicht zu erkennen. Viele glauben, dass im Beweis der Riemannschen Vermutung auch der Schlüssel zu geheimen Informationen in den Primzahlen steckt. Manche gehen so weit, darin eine Art Code des Schöpfers selbst zu sehen. Es wäre der Beginn einer neuen Ära. Der Beweis der Riemann-Hypothese würde das menschliche Verständnis von Mathematik weit nach vorne bringen. Was könnte hinter den Primzahlen stecken? Kann man mit ihnen die Gesetze der Natur erklären? Riemann glaubte an eine geheime Struktur, eine Regelmäßigkeit. Über ein Jahrhundert haben Mathematiker in aller Welt nach einem Muster in der Abfolge der Primzahlen gesucht. Und sind daran verzweifelt. Sind die Primzahlen eine Art kosmische Formel, eine Art Schlüssel zu den Wundern der Natur? Das Wort Primzahl kommt aus dem Lateinischen numerus primus und bedeutet die erste Zahl. Viele von uns denken bei Primzahlen nur an Mathematikunterricht. Primzahlen. Habt ihr ein paar Primzahlen für mich? Zwei. Zwei. Sieben. Oh, ja. Fünf. Fünf. Bearbeitet, aber wozu soll das eigentlich... Schüler rund um den Globus lernen, dass alle natürlichen Zahlen ein Produkt aus Primzahlen sind. Zwei mal zwei mal zwei mal drei mal drei. Oder... 255 zum Beispiel ist fünf mal 51. 51 wiederum ist das Produkt aus drei und 17. Zahlen wie drei, fünf und 17 lassen sich nicht weiter teilen. Primzahlen, sie sind die Atome der Zahlenwelt. Da gibt es Griechen, der Euclid zum Beispiel, das ist ein ganz bekannter Mathematiker, den werdet ihr noch kennenlernen, der hat schon bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Aber die Primzahlen haben auch Geheimnisse. Primzahlen sind elementar. Schon Grundschüler rechnen mit ihnen und dennoch stecken sie voller Rätsel, die noch heute die besten Mathematiker der Welt beschäftigen. Sehen wir uns die Zahlen mal an. Lässt sich dahinter ein System erkennen? Wir folgen dem Zahlenstrahl nach oben. Die Primzahlen sind jeweils hervorgehoben. Tauchen sie eher zufällig auf? Oder kann man sie vielleicht vorausbestimmen? 83, 89, 97, 91. Manchmal erscheinen sie recht häufig. An anderen Stellen findet sich für eine ganze Weile gar keiner. Mathematiker, die besten ihres Faches, sind auf der Suche nach einem System in dieser Abfolge, nach einer Formel. Sie möchten den Code der Primzahlen knacken. Ein möglicher Schlüssel zu diesem Code ist die Riemannsche Hypothese. Sie zu verstehen, könnte die Lösung sein. Sie zu beweisen, ist die größte Herausforderung in der Geschichte der Mathematik. Das ist Georg Friedrich Bernhard Riemann. Er wurde nur 40 Jahre alt. Und dennoch hat er der Welt einen Satz beschert, an dem viele große Köpfe gescheitert sind. Das ist der mathematische Wortlaut der Hypothese. Nicht-triviale Nullstellen der Zeta-Funktion befinden sich auf einer bestimmten Geraden. Nichts verstanden? Bitte nicht abschalten, wir erklären es gleich nochmal verständlicher. Ein kleiner Vorort von Paris. Hier wohnt Louis de Branche, ein Mathematiker, der sein Leben der Riemann-Hypothese verschrieben hat. Mit beinahe 80 arbeitet er immer noch an einer Lösung. Kein anderer Wissenschaftler auf der Welt hat sich länger mit dem Mysterium der Primzahlen beschäftigt. Am Anfang seiner Karriere erlangte er einigen Ruhm, weil ihm der Beweis einer anderen mathematischen Vermutung gelang, für die über 60 Jahre lang niemand eine Lösung hatte. Die Riemann-Hypothese beschäftigt ihn aber noch immer. Er will dieses Problem lösen, ganz egal was es kostet. Es ist sein Lebenswerk. Die Branche glaubt, dass das Verständnis der Abfolge der Primzahlen zu atemberaubenden neuen Entdeckungen in der Wissenschaft führen wird. Mit dem Ergebnis meiner Untersuchungen wird man die physikalischen Gesetze des Universums verstehen, speziell im Bereich der Atome und Elektronen. Als ich jung war, dachte ich immer, Primzahlen wären nur eine Rechenhilfe. Doch als ich mit meinen Untersuchungen fortfuhr, erkannte ich, dass sie uns helfen können, das Universum und die Natur zu verstehen. Wie soll ein Haufen unregelmäßiger Zahlen dabei helfen, die Gesetze der Natur und des Universums zu verstehen? Um zu begreifen, worauf Professor de Branche hinaus will, müssen wir in der Geschichte etwas zurückgehen. Im 18. Jahrhundert gab es einen Mathematiker, der als einer der ersten Zusammenhänge zwischen Primzahlen und physikalischen Gesetzen vermutete. Sankt Petersburg in Russland. Im Jahre 1727 rief die Akademie der Wissenschaften einen der bedeutendsten Mathematiker an die dortige Universität. Leonard Euler war ein mathematisches Genie. Schon im Alter von 20 Jahren zählte er zu Europas führenden Köpfen in der Mathematik. Euler gilt unter anderem als Begründer der Analyses. Doch seine Leidenschaft gehörte den Primzahlen. Euler stellte sich die Primzahlen als Stufen auf einem langen Weg vor. Immer wieder ging er im Geist diesen Weg. Jedes Mal, wenn eine Primzahl kam, nahm er eine Stufe. Auf diese Weise suchte er nach einem System, eine Regelmäßigkeit in der Verteilung der Primzahlen. Aber er fand nichts. Die Reihenfolge schien rein zufällig zu sein. Mal kamen sie in Gruppen, nur zwei oder vier Zahlen voneinander entfernt. Und mal kam ein langer, ebener Abschnitt. Keine einzige Primzahl in Sicht. An einer Stelle tauchte sogar 72 Zahlen lang keine einzige Primzahl auf. Euler weigerte sich aufzugeben. Es musste eine Regelmäßigkeit geben. Noch viel mehr als das. Er glaubte an eine kosmische Verbindung. Argwöhnisch beobachteten Eulers Kollegen seine Bemühungen. Seine Vorstellungen seien irreführend. Nirgends in der realen Welt gäbe es Primzahlen. Sie seien abstrakt und komplett unbedeutend für das Verständnis der Gesetze der Natur. Nirgends in der Natur hätten Primzahlen eine Bedeutung. Sie hätten absolut nichts mit der Natur oder gar dem Universum zu tun. Doch Euler machte eine Entdeckung, die seine Kritiker verstummen ließ. Während er über ein anderes mathematisches Problem nachdachte, fand er eine kleine Gleichung, die nur aus Primzahlen bestand. Wenn man diese Gleichung lösen könnte, wäre das Ergebnis ein Hinweis auf die Entstehung der Primzahlen? Niemand glaubte, dass diese Gleichung eine sinnvolle Lösung haben könnte, da sie ja nur aus zufälligen Primzahlen bestand. Aber Euler fand die Lösung. Eulers Lösung war verblüffend. Das Quadrat von Pi geteilt durch 6. Eine Reihe zufälliger Primzahlen führt zu einem ganz einfachen Ergebnis. Die Zahl Pi zum Quadrat geteilt durch 6. Die Zahl also, mit deren Hilfe man eines der vollkommensten Gebilde des Universums definiert. Den Kreis. Euler war der erste, der beweisen konnte, dass es einen Zusammenhang zwischen elementaren Gesetzen der Natur und Primzahlen gibt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, 100 Jahre nach Eulers Entdeckung, war es ein deutscher Mathematiker, der sich dem Problem zuwandte. Bernhard Riemann ging den Primzahlen auf den Grund, wie kein Mathematiker davor oder danach. Um zu beweisen, dass Primzahlen eine Bedeutung besitzen, benutzte er eine neue Formel, die Zeta-Funktion. Verwirrend? Es geht auch ein bisschen einfacher. Ausgeschrieben ist diese Funktion eigentlich nur eine leicht veränderte Version von Eulers Gleichung. Die Zweien wurden durch ein X ersetzt. Die Zeta-Funktion besteht nur aus Primzahlen. Aber was will sie uns sagen? Riemann entschloss sich, die Funktion verständlicher darzustellen. In einer dreidimensionalen Grafik. Dann suchte er nach bestimmten Nullstellen in der Gleichung. Ja, es ist kompliziert, aber diese Nullstellen sind wichtig. An welchen Stellen tauchen diese Nullstellen auf? Eigentlich sollten sie unregelmäßig verteilt mal hier, mal da erscheinen. Denn die Sequenz, aus der sie berechnet werden, ist ja ebenfalls unregelmäßig. Riemann berechnete die ersten vier Nullstellen der Zeta-Funktion. Und machte eine überraschende Entdeckung. Die ersten vier Nullstellen der Zeta-Funktion befinden sich auf einer geraden Linie. Es ist das erste Mal, dass sich in der bislang zufälligen Abfolge der Primzahlen etwas Regelmäßiges erkennen lässt. Alle weiteren Nullstellen, auch die, die noch niemand berechnet hat, könnten ebenfalls auf dieser Linie liegen. Und genau das besagt die Riemannsche Vermutung. Alle nicht trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion befinden sich auf einer bestimmten Geraden. Die Nullstellen, alle auf einer Linie zu haben, bedeutet, dass die Primzahlen viel mehr zu den natürlichen Zahlen gehören, als gedacht. Ganz gemütlich sitzen sie da drin, so harmonisch. Ein schönes Stück Regelmäßigkeit, das die Riemann-Hypothese uns hier liefert. Diese Hypothese war der Durchbruch. Das erste Mal, dass Primzahlen greifbar wurden, ja beinahe berechenbar. Ein hypothetisches Problem bekam eine mathematische Grundlage, die man untersuchen konnte. Diese Vermutung allerdings zu beweisen, hat einige Mathematiker in den Wahnsinn getrieben. Schließlich gibt es unendlich viele Primzahlen. Universität Cambridge. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschlossen dort zwei Mathematiker, sich die Riemann-Hypothese vorzunehmen. Gottfrey Hardy galt in der Fachwelt als zweiter Isaac Newton. Der andere war John Littlewood, ein 25-jähriges Mathematik-Genie. Die Zusammenarbeit der beiden trug schnell Früchte. Etwa hundert Fachartikel stammen aus ihrer Feder. Von ihrem Erfolg angestachelt, kannte ihr Ehrgeiz keine Grenzen. Deshalb setzten sie sich das Ziel, die Ersten zu sein, die die Riemannsche Vermutung beweisen könnten. Schon damals die Königsklasse der Mathematik. Doch sie sollten sich die Zähne ausbeißen. Schon bald machten sie die ersten Fehler. 1914 veröffentlichte Hardy einen Artikel. Zunächst schien es, als habe er einen Beweis gefunden. Wie von Riemann vorhergesagt, fand er, dass sich unendlich viele Nullstellen auf einer geraden Linie befinden. Leider nur ein Teil der Wahrheit. Denn seine Folgerungen konnten nicht ausschließen, dass auch Nullstellen außerhalb der Geraden existieren. Grundlegend, aber nicht wirklich hilfreich. Sie hatten einen Berg erklommen, aber leider den falschen. Die Riemann-Hypothese erwies sich einmal mehr als störrisch. Wir sind die führenden Mathematiker. Trotzdem gelingt es uns nicht, die Riemann-Hypothese zu beweisen. Frustration machte sich breit. Bald begannen die beiden, die Vermutung selbst anzuzweifeln. Ich glaube, die Riemann-Hypothese ist falsch. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Unser Leben wäre um vieles einfacher, wenn sie sich als falsch erweisen würde. Hardy und Littlewood gaben auf. Ein Beben ging durch die mathematische Gemeinde. Die beiden klügsten Köpfe waren gescheitert. Doch das war erst der Anfang. An Riemann zu scheitern, war bald nicht mehr das einzige Problem. Die Princeton-Universität in den USA. Hier lebt eines der bekanntesten Opfer des Riemannschen Rätsels. Der 84-jährige John Nash ist Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften. In den 1950er Jahren galt er als einer der wichtigsten Mathematiker des Jahrhunderts. Bis der Kampf mit der Riemannschen Hypothese seinen Geist verwirrte. Nashs Geschichte wurde 2001 durch den Kinofilm A Beautiful Mind bekannt. Ich hatte einige Ideen, die sich mit den Primzahlen befassten, ihrer Verteilung, womit sich die Riemannsche Hypothese ja auch beschäftigt. Aber die zu lösen ist schon was anderes. Die Riemannsche Hypothese Die Wissenschaftsgemeinde war sicher, dass einer wie Nash das Problem würde lösen können. Und als er anfing, sich den Primzahlen zuzuwenden, stiegen die Erwartungen ins Unermessliche. Kurze Zeit danach kam die geistige Verwirrung. Wenn man Mathematik und Logik studiert, wird der Geist gezwungen, sich nach innen zu wenden. Man muss zwangsläufig auch das Denken studieren, logisches Denken, logische Kommunikation. So eine Studie bringt mentale Probleme. Eine Angst breitete sich aus. Die Riemannsche Vermutung galt von nun an als ein Thema, das den Geist zerstören kann. Wissenschaftler-Karrieren über Nacht beendet. Es gab sogar Warnungen, das Studium der Primzahlen könne den Zorn Gottes hervorrufen. Mathematiker in aller Welt machten um Primzahlen und die Riemannsche Vermutung fortan einen großen Bogen. Das Mysterium der Primzahlen mag für Mathematiker ein quälendes Problem sein. Aber auch in unserer normalen Welt sind diese Zahlen von immenser Bedeutung. Viele Formen von Sicherheitsverschlüsselungen wären ohne sie nicht möglich. Eine IT-Firma in der Nähe von Washington. Hier werden Sicherheitscodes zum Schutz von sensiblen Daten wie zum Beispiel Kreditkartennummern entwickelt. Wir begeben uns ins Allerheiligste. Nur eine Handvoll Mitarbeiter hat Zugang zu diesem Sicherheitsbereich. Hier wird das zentrale Produkt der Firma gelagert unter strengstem Verschluss. In diesen Safes stehen Geräte, die Primzahlen speichern. Die Primzahlen sind die Wurzeln in der Internethierarchie des Vertrauens. Allein sie machen elektronischen Zahlungsverkehr erst möglich. Diese Primzahlen sind über 150 Ziffern lang. Sogar mit einem Supercomputer ist es schwer, solche Zahlen zu finden. Doch was haben Primzahlen mit einem Einkauf im Internet zu tun? Die Antwort? Sicherheitsprotokolle und Datenverschlüsselung. Niemand sonst kennt diese Primzahlen. Und doch verwendet sie jeder, der auch nur einmal seine EC-Karte in ein Lesegerät im Supermarkt steckt. Oder den Bezahl-Button in einem Online-Laden anklickt. In diesem Moment verschlüsseln riesige Primzahlen die Kreditkartennummer und schicken sie sicher an den Verkäufer. Auch bei der Verschlüsselung von Regierungsinformationen oder Militärdaten sind Primzahlen im Spiel. Könnte das bedeuten, dass die Lösung des Riemann-Problems Auswirkungen auf die weltweite Datensicherheit hätte? Mathematiker sind sich sicher, dass das nicht der Fall wäre, da die Riemann-Hypothese nicht unmittelbar auf Primzahlen schließen lässt. Primzahlen sind wichtig in unserem Leben, aber dunkle Geschäfte sind mit der CETA-Funktion nicht zu machen. Nach den Misserfolgen von Nash und anderen hielten sich Mathematiker fern von der Riemann-Hypothese. Bis in den 1960ern ein Mathematiker aus Frankreich den Kampf wieder aufnahm. Louis de Branche, der seitdem nicht mehr geruht hat. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen ist er überzeugt, dass sich die Riemannsche Vermutung beweisen lässt. Im Zuge seiner Forschungen begann de Branche an eine Verbindung von Primzahlen und der Welt der Atome und kleinsten Teilchen zu glauben. Noch sind die Fakten bei Atomen und Elementarteilchen nicht geklärt, aber die Riemann-Hypothese wird zu einem besseren Verständnis im ultramikroskopischen Raum führen. De Branche benutzte eine Analogie. Prismen, die Licht in seine natürlichen Bestandteile zerlegen. Ein Prisma kann Licht in sieben sichtbare Wellenlängen aufteilen. Neben diesen sichtbaren Anteilen existiert jedoch eine unendlich große Zahl nicht sichtbarer Anteile. Die Branche glaubte, dass dieses Verhältnis von sichtbaren zu unsichtbaren Anteilen das gleiche sein müsste wie das Verhältnis vom subatomaren Raum und Riemanns Nullstellen. Als er diese Idee in den 1960ern erstmals vorstellte, traf er auf breite Ablehnung. In der Vergangenheit hatte de Branche große Zustimmung für eine Reihe anderer wichtiger Theoreme erfahren. Mit seiner Arbeit an Riemanns Vermutung sollte es sich anders verhalten. Eine Chronologie des Scheiterns. Ab 1964 behauptete de Branche dreimal, den Fall gelöst zu haben. Doch jedes Mal wurden grundlegende Fehler in seinen Ausführungen gefunden. Seine Kollegen nahmen ihn nicht mehr ernst. Man beginnt misstrauisch zu werden. Du bist immer skeptisch. Manchmal glaube ich an dich, aber ich weiß nicht, ob ich das sollte. Du glaubst mir nicht. De Branches Vermutung, dass der subatomare Raum etwas mit Riemanns Nullstellen zu tun hat, sollte jedoch durch einen Zufall belegt werden. Eine Tasse Tee brachte zwei Wissenschaftler der Lösung näher. Auf einem Wissenschaftstreffen in Princeton im Jahr 1972 kamen ein Physiker und ein Mathematiker ins Gespräch. Ein Zusammentreffen, das das Misstrauen der Mathematik gegenüber Riemanns Vermutung beenden sollte. Der Physiker war Freeman Dyson, einer der führenden Köpfe im Bereich subatomare Teilchen. An diesem schicksalhaften Nachmittag machte er eine Tee-Pause. Er begann ein Gespräch mit dem Mathematiker Hugh L. Montgomery. Sein Themengebiet? Riemanns Zeta-Funktion. Sie erinnern sich? So unregelmäßig die Primzahlen sind, in den Nullstellen der Zeta-Funktion gibt es eine Regelmäßigkeit, eine Art Muster. Alle nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion befinden sich auf einer bestimmten Geraden. Irgendwann fing er an, in diesem Tee-Zimmer von den Nullstellen der Zeta-Funktion zu erzählen. Für die ich mich ebenfalls interessierte, aber sie noch nie erforscht hatte. Und, dass er eine Funktion gefunden habe, die die Lage der Punkte zueinander beschreibt. Er sagte, woran arbeiten Sie? Und ich sagte, ich glaube, dass die Nullstellen der Zeta-Funktion, die Unterschiede zwischen den Nullstellen einer Verteilung von 1 minus Sinus PiU durch PiU in Klammer zum Quadrat haben. Und das hat ihn, glaube ich, angestachelt. Ich antwortete, das ist ja witzig, das ist genau die gleiche Funktion, wie man sie bei den Energiezuständen schwerer Atomkerne wie Uran und anderen schweren Atomen findet. Ein netter Zufall, dass zwei komplett verschiedene Dinge die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Das kleine Zusammentreffen brachte den Beweis, dass Primzahlen tatsächlich eine Relevanz in der Natur besitzen. Der Grundbaustein der Materie. Ein Atom. Im Zentrum der Atomkern, um den Elektronen fliegen. Der Energiezustand in diesem Kern ist nie konstant. Aus einem noch unbekannten Grund fluktuiert der Energiezustand. Diese Fluktuation und die Verteilung der Nullstellen der CETA-Funktion scheinen sich ähnlich zu sein. Ich glaube, niemand dachte ernsthaft an eine Verbindung zwischen Primzahlen und der Physik. Ich meine, warum sollten sie auch irgendetwas miteinander zu tun haben? Ich glaube, diejenigen, die mit dem Studium der Primzahlen beschäftigt waren, hätten einfach weitergemacht und die Physiker hätten sich weiter um ihre Atomkerne gekümmert. Und dieses Treffen zwischen Montgomery und Dyson hat die beiden Welten zusammengebracht. Die Verbindung von Primzahlen und Atomen war sofort in aller Munde. Mathematiker, die sich nie um die Riemannsche Vermutung gekümmert hatten, begannen sich für sie zu interessieren. Im Jahr 1996 trafen sich herausragende Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen zur ersten interdisziplinären Konferenz über Primzahlen und die Riemannsche Vermutung. Bis dahin hatten sich viele gescheut, zuzugeben, dass sie an der Riemann-Hypothese arbeiteten. Es war so etwas wie ein Tabu. Jetzt schien aber die Zeit reif, die verschiedensten Ansätze auf einen Tisch zu bringen. Über 200 der anerkanntesten Wissenschaftler nahmen teil. Die Teilnehmerliste las sich wie das Who-is-who der Mathematik, Physik und anderer Disziplinen. Alle waren sich darin einig, dass die Lösung der Riemannschen Vermutung zu den wichtigsten Fragen der modernen Wissenschaft zählt und bevorzugt zu behandeln sei. Und die Konferenz brachte der Forschung einen weiteren Fortschritt. Unter den Anwesenden war Alain Kohn, der Gewinner der Fields-Medaille, dem Oscar für Mathematiker. Er skizzierte einen möglichen Weg zur Lösung von Riemanns Hypothese. Mir wurde klar, dass die Akademiker auf dieser Konferenz etwas über neue subatomare Räume erfahren mussten. Diese Räume besitzen Strömungen, die Primzahlen ähnlich sind. Der neue Raum war nötig, um die Entdeckungen von Montgomery und Dyson zu verstehen. Und mir wurde klar, dass diese Räume komplett mit meiner Arbeit übereinstimmten, der nicht-kommutativen Geometrie. Kon ist der Erfinder der nicht-kommutativen Geometrie. Einer Theorie, mit deren Hilfe Mathematiker komplexe Räume untersuchen können. Sie besagt, dass der Raum, in dem wir leben, nicht kontinuierlich ist, sondern aus vielen kleinen Unterbrechungen besteht. Die Erwartung war, dass diese neue Form der Geometrie dabei helfen könnte, einige fundamentale Fragen der Natur zu beantworten. Von der Entstehung des Universums bis hin zum Quantenphänomen. Noch während der Konferenz erkannte Kohn die Verbindung. Seine neue Form der Geometrie passte zu den Primzahlen. Diese neue Sprache, die Alain-Kohn eingeführt hat, die nicht-kommutative Geometrie, das scheint ein unglaublich starkes Instrument zu sein. Faszinierend, dass es jetzt einen Zusammenhang gibt zwischen der Art, wie wir Primzahlen verstehen, und den Fragen, die Physiker bearbeiten. Das könnte zu einer großen Verbindung zwischen den beiden Fächern führen. So sind dank der neuen Darstellungsweise von Alain-Kohn einige wegweisende Arbeiten entstanden, die die Wissenschaft auf ihrem Weg zur Lösung des Primzahlenphänomens ein großes Stück näher gebracht haben. Manche Mathematiker gehen sogar so weit, zu behaupten, dass dank der nicht-kommutativen Geometrie die Theorie von einem großen Ganzen gefunden werden könnte. Seit über einem Jahrhundert suchen Mathematiker nach einer versteckten Bedeutung hinter den Primzahlen. Die Antwort könnte möglicherweise eine Art Bauplan sein, der Beipackzettel des Schöpfers. Im August 2009 meldet Louis de Branche Vollzug. Er ist mit seinen Ausführungen fertig. Nur noch ein paar letzte Verbesserungen seines Artikels über die Riemannsche Vermutung. Er glaubt, das Problem nun gelöst zu haben. Schon mehrfach hat er eine Beweisführung eingereicht, doch jedes Mal fanden die Kollegen Fehler. Noch ein paar Korrekturen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Seit über einem halben Jahrhundert lässt de Branche nicht locker. Die Mühe kann sich lohnen, auch finanziell. Für die Lösung der als Millennium-Problem bezeichneten Riemannschen Vermutung ist eine Million Dollar Preisgeld ausgelobt. Die Branches Beweisführung ist umstritten, aber er arbeitet bereits an neuen Ausführungen. Irgendwann wird ein Mathematiker die Lösung wohl finden für eines der größten Geheimnisse der wissenschaftlichen Welt. Direkt im Anschluss suchen wir nach einer universellen Formel, die für das Ganze und das Einzelne gilt. Bei Skobel. Jetzt hier in Dreisat. Wie geht es auf? Während der Untertitel gemacht hat?